Lässt er zwei Darts auf Doppel aus und schlichting mit der Chance. 89 Punkte zum Break, sollte zumindest ein Dart auf Bullseye bekommen. Kriegt einen auf die Doppelfünfe. Und das ist ein starkes Finish, das ist ein starkes Finish vom 20-Jährigen aus Darmstadt. Und Schmutzler bei 48 Punkten, jetzt hier mit der Möglichkeit, das dritte Break in Folge zu besorgen. Jawohl, diesmal ist er da. Drei Darts. Lässt Schmutzler aus. Insgesamt schon acht Darts auf Doppel verpasst und schlichting macht das besser. 74 Punkte in zwei Darts ins Ziel gebracht. Guter erster Darts von schlichting, die stecken beide perfekt. Das sollte er nutzen können, kann er. 180. Und auch diese 44 Punkte werden ihm da jetzt noch keine allzu großen Sorgen machen. Drei zu zwei Führung für David Schlichting. Das erste Mal, dass hier einer der Spieler seinen Anwurf durchbringt. Lässt ein Dart aus. So, vier zu zwei Führung. 19 für Doppel 18. Schmutzler schnauft nochmal durch. Schwieriger Wechsel. Rüber auf Doppel 9. Und da packt er zu mit dem letzten Dart. Ganz, ganz wichtiger Moment für den 17-Jährigen. Aber da lässt sich schlichting überhaupt nicht von beeindrucken. Aber trotzdem in guter Position. 104 Punkte jetzt für Schmutzler. Doppel 18. Jawohl. Klasse Finish von ihm. Erstes High Finish dieser Partie. Fabian Schmutzler beschert es uns. Richtige Darts, die schlichting hier auslässt. Und Schmutzler kriegt die Chance, mit dem Break auf 5 zu 4 zu stellen. Und jetzt dann gleich in Leg 10 mit den Darts das Spiel klar zu machen. Und hier nutzt er den ersten sofort. Jetzt schleichen sich bei beiden so ein bisschen die Nerven ein. Und letztendlich macht es Schmutzler klar. Holt hier den 6 zu 4 Erfolg im Duell der beiden Debutanten in der Gruppe A.